hey leute willkommen zu dem neuen dead by daylight video heute mit leon der killer dann noch diese neue der heißt patrick und dann noch dieses weibliche wesen was natürlich nicht fehlen darf natalie sie hat heute ein schlaganfall also an die google das messer am auge zählt also nicht nein 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 mann sein leben das war ich nicht ach so das war ach so wir sind hier so präsentiert heller holy moly bist du wieder da drinnen da bist du doof nö ach natalie ist auch hier ach natalie ist auch hier nein euch fällt sich eine sackgasse auf dem gedanken seid ihr echt früh gekommen nein warte ach man woher was bist du da alter du hast dich voll überschlagen alter es ist nee ich hasse dich guck mal hier natalie ich höre da was in der ferne schreien ich glaube mein essen ist fertig ui aber sie sind ja schön ne nö 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 krat alo na Wartest du aktiv? Er ist grad nach rechts Jetzt kommt er zu mir Links Das würde sie nicht sagen, wenn hier niemand in der Nähe wäre Hier ist jemand Nein Doch, das hast du bei mir nämlich auch gemacht, als ich da gewartet hab, dass Patrick weggeht Ich kenn deine Tricks Scheiße Regenbogen Na Luke, möchtest du dich nicht zeigen? Nein, möchte er nicht Nein Ja, nein, nein, nein Ich bin kein Photogener Kein Photogener Kein Photogener Das ist eine schöne Ablenkung, aber das stimmt leider nicht Die sind hier noch irgendwo Guck da, sag ich doch Guck da Guck da Natürlich Hähä Hähä Nicht, 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 nicht dahin, nicht dahin Aua Hey, mach doch mal Hey, mach doch mal hier nicht so aus Warte doch mal, hallo Muss ich da ran stellen Ich weiß auch, ich wollte eigentlich nicht heilen, aber Ja Ja, das ist nicht klar Ja, ja Das ist der Nächste gradually Da, 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 da! Da, 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 da! Oh, hier ist ein Schrank Dilleöm Ja, ich wollte ein paar äh... Hä? Wieso die denn? Thanks. Na gut, geb ich euch nur noch ein bisschen Zeit. Wie lag grad jemand? Ach, Tuki ist ja frei. Mensch, Nathalie, musstest du ihn befreien. Ich hab dich befreit. Ach Mensch, wer ist denn hier unten im Keller? Ich konnte aufspringen, du Arsch. Nein, Gott! Nein, Gott, bitte, nein! 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 Also der Haken ist mir lieber. Hast du ihn grad wirklich umgebracht? Jaaaa... Werden wir als nächstes. Hm... Christina Aguilera. Ah, äh... Das Internet-Tack hat auch mitgespielt, Alter. Internet ist frisch am Start. Am Schizzle ist das. Also ich such grad nach Nathalie. Ja, äh... Deswegen guck ich all die Schränke durch. Dietrich kenn ich. Ah ne. Hä? Wer ist denn hier? Irgendjemand hat hier grad nen Schrank gewechselt. Nö. Schrank... Schranklein wechsel dich oder wat? Ja, immer. Ich hör hier grad nen Schrank sich die ganze Zeit öffnen und wieder schließen. Wieso denkst du eigentlich, dass ich mich immer noch in Schränken verstecke? Ich mach das ultra selten. Weil ich gerade nicht mehr in den Raum gegangen bin und dann warst du da im Schrank drinne. Wir haben 2019, das sind elektronische Schränke. Ja, genau. Geister-Schränke. Und der Strohschlag kommt raus. Manchmal mach ich das aber auch mal eben, um einem was zu trinken. Ah. Wir können da so ne Pause einrichten, weißt du? Genau. Ich bleib dann genau vor dir stehen. Ja. Ah, im Feuer hängst sie so... sieh noch auf und dann, ne? Nein, er muss sie ablegen. Hm. Patrick. Ah. Mann, bringen wir doch nicht ab. Sorry. Was wolltest denn? Soll ich dich wiederbleiben? Gibt... ja nicht. Ja, wenn das gehen würde, wär auch eigentlich nochmal ein Stück geiler. Ja, aber äh... Ich steh mal vor, du hast hier mit so Difi-Pads rum. Hallo da. Bei Death's Garden geht das, ne? Mhm. Ich hoffe, dass kommt Ball für die PS4, man. Luke, hast du doch nicht grad gesehen, weil ich gesehen habe? Scheibenkleister. Ja, so'n Leon. Hast du gesehen, ne? Die Fähigkeit? Ja. Ist gut. Welcher Frevel ist denn hier hochgerannt? Oh mein Gott, ich hab mich ganz so erschrocken. Er ist so, ich komm. Alter, du leckst sie grad... Alter, das war grad... hä? Bruder. Müssen du... Ja. Schon auf Schrei. Ja, jetzt hab ich mir ultra gereckt. Ich bin gleich durch die Wand gebackt. Also, weil ich freundlich bin, geht Natalie nochmal an den Haken. Aha! Mich... mich... killest du gleich, ne? Oh. Also mein Internet macht heute mit. Hallo da. Same. Ach du bist jetzt auch tot? Such die Falltür. Oh, das würde mich jetzt auch echt interessieren. Ach nee. Der Hase. Guck hinter dich, das ist wichtig. Lübtilupsi, lübtilupsi. Du guckst doch nicht hinter dich. Oh, bist du behindert. Ja? Er hat doch gar nicht hergeguckt. Ja? Wie lang musst du deine Folge noch ziehen? Ähm... Weiß ich nicht. Also... Am besten wenn es lange dauert. Am besten wenn es lange dauert. Einfach mal Vorschuh wird lustiger... lustiger müssen. Oh. Oh. Was kannst du eigentlich? Ich merke. Sie ist, ich will dich heiraten. Tobi. Tobi, hör mir die Jungen. Guck, kennst du dich? Das ist wichtig. Warum? Ich weiß auch, wo er ist. Ich seh es rot leuchten. Nee. Du kannst mit ihm sehr schnell austricksen. Ohoho. Das kann ich. Schnell austricksen. Wie besser austricksen und besser herausgefunden ist. Ja, Mist. Er kackt. Eskalien, Junge! Exkalibur. Ey! Ey! Da machst du mich wieder gesoffen, oder was? Ja, ich bin besoffen. Ja, Mist. Oh. Ich werde gewinnen. Nicht. Ja. Das war immer wieder für Leon ein Sieg. Yes. Und damit... Bis zur nächsten Folge.